Herr Gauck, wie fühlen Sie sich? Mehr Respekt oder Vorfreude? Es guckt sehr easy hier drin. Das ist jetzt mehr Respekt. Alles gerne muss jetzt. Das wird es jetzt sein. Der Präsident ist angekommen. Gemeinsamer Auftritt von Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schad vor Schloss Bellevue bei strahlend blauem Himmel. Zuvor die Begrüßung durch Altbundespräsident Christian Wulff, ohne seine Frau Bettina, sowie Karin und Horst Seehofer. Der bayerische Ministerpräsident und amtierende Bundesratspräsident war bis gestern kommissarischer Bundespräsident. Bei einem Gespräch übergaben sie die Amtsgeschäfte. Seine erste größere Rede will Joachim Gauck am Freitag halten, bei seiner Vereidigung vor dem Deutschen Bundestag. Die erste Auslandsreise möchte er nach Polen machen.